Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und ja Leute ihr seht es schon im Hintergrund wir haben heute die nächste FIFA 21 Team Rating Prediction am Start heute zu Schalke und das ist glaube ich mit das erste Mal in dieser Prediction Reihe wo ich guten Gewissens einfach auch downgraden kann ohne dass ich mir irgendwas aus dem Arsch ziehen muss irgendwelche Gründe beziehungsweise mich irgendwie tausendmal rechtfertigen muss denn Schalkes Saison ja braucht man glaube ich nicht viel drüber reden ich meine die Hinrunde war wirklich gut da haben sie relativ gut overperformed auch und dann in der Rückrunde halt ein Spiel gewonnen und danach nicht mehr dementsprechend kann man heute natürlich hier nicht allzu viel erwarten das kann ich euch gleich schon mal vorweg sagen auch vielleicht bei einigen Spielen wo ihr trotzdem abgewärts erwartet werden sie vielleicht nicht so krass ausfallen ich würde sagen wir gehen aber direkt mal rein zunächst einmal zu Ralf Fährmann der wäre ja ausgeliehen erst nach Norwich und dann irgendwie nach Norwegen oder so hat er halt trotzdem einfach gar nicht gespielt so wie ich es recht im Kopf habe noch wie also hier gilt es gleich übrigens zu Union wenn ihr die Prediction gesehen habt ich habe die Karten und die Grafiken von über einer Woche erstellt dementsprechend muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen aber ich glaube er hat einfach nirgendwo irgendwie eine Rolle gespielt was ich jetzt halt glaube ist dass er jetzt wahrscheinlich erstmal Stammkeeper sein wird also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen weil die Keepersituation bei Schalke ist halt schon echt schwierig muss man sagen Schubert hat sich jetzt letztes Jahr nicht wirklich dafür beworben dass er bundesligareif ist ähm andererseits wenn ihm also wenn du ihn halt immer noch im Kader behältst dann musst du ihm halt wenn du irgendwie noch an ihm glaubst jetzt mal auch dann die Chance geben weil jetzt ist dann halt die Zeit ja okay scheiß drauf letzte Saison war schon scheiße dann jetzt halt richtig kacke oder er hat vielleicht ne den Entwicklungsschritt dann kann er denn jetzt dieses Jahr machen man muss gucken also ich könnte mir aber auch gut vorstellen dass halt Fairman erstmal zum Anfang drin steht so oder so wird es erstmal für Fairman eine Minus 3 Downgrade geben weil er hat einfach nirgendwo gespielt und dementsprechend 80er Rating sowieso erstmal absolut nicht im Ansatz für ihn gerechtfertigt aber ich denke dann 77 sollte auf jeden Fall passen Minus 3 wie gesagt sieht eigentlich nach einer guten Non-Rack-Karte aus für ein Keeper also könnte man vielleicht an Anfangsteams sehen einstellen Weakfoot ist halt immer ein bisschen schwierig wenn man halt den Ball mal mit einem Keeper klären will oder so aber wird man dann sehen wie sich das dann im Endeffekt ergibt in FIFA sieht eigentlich nach einer guten Karte aus muss man ehrlich sagen Schubert wie schon erwähnt ihr seht schon die ganze Zeit er hat das gleiche Rating behalten wie im letzten Jahr ich meine er hat ein paar Spiele gemacht was eigentlich für einen jungen Keeper der ein Silber Rating hat immer bedeutet ja okay dann kann man den immer upgraden aber so wie er sich letzten Endes gezeigt hat wie viele Fehler er gemacht hat dass er am Ende trotzdem wieder rausgeflogen ist aus dem Kasten spricht er einfach nicht dafür dass er ein Upgrade bekommt aber ich denke auch kein Downgrade weil er halt eben ein paar Spiele gemacht hat denke ich mal wird er denke ich mal auf den gleichen Wörter ja ich wiederhole mich immer so schnell wenn ich so schnell spreche egal ich denke er wird auf dem gleichen Rating bleiben ist angemessen in meinen Augen weil 70 sollte eigentlich passen wie gesagt er hat ein paar Spiele gemacht er hat auch ein paar gute Aktionen gehabt das darf man natürlich jetzt auch nicht unter den Tisch kehren aber er hat auch viele viele schlechte Spiele gehabt viele schlechte Szenen weswegen er auf jeden Fall gar kein Upgrade bekommen wird in meinen Augen aber auch ein Downgrade würde ich zu übertrieben finden dann geht man mit dem guten Langer der einfach auch keine Rolle gespielt hat obwohl es diese Torhüterdiskussion gab bei Schalke ist natürlich auch bitter ich glaube nicht dass der auf Bronze geht ich glaube der wird auf Silber bleiben einfach auch weil er nicht wirklich juckt also nur auf Front jetzt an ihnen aber ne er ist halt im Kader und mehr nicht könnte man natürlich auch vorstellen dass er auf Bronze geht aber ich habe mir jetzt auf Gold äh Silber gelassen ich denke das sollte passen ähm ja also Torhüterdiskussion echt schwierig auf Schalke ich meine ihr werdet später sehen ich habe noch potenzielle Transfers aufgeschrieben auch wenn man sich da nicht wirklich sicher sein kann ob Schalke dieses Jahr irgendwas macht gefühlt weil sie auch gefühlt kein Geld haben jetzt Weston McKinney quasi verschenkt haben ähm wo sie nicht mal wissen ob sie nächstes Jahr dann das Geld bekommen also von daher generell einige schwierige Aktionen bei Schalke im Moment aber im Tor sieht es auf jeden Fall noch nicht so hundertprozentig safe aus wobei man am Ende dann sagen könnte okay jetzt kommt Ferman zurück und dann hält der wirklich wieder richtig gut dann natürlich well played aber kann man halt so nicht erwarten machen wir weiter mit der Abwehr und da haben wir natürlich das größte Upgrade glaube ich in dem Video am Start genau den guten Ozan Kabak also der natürlich der einzige Lichtblick in der gesamten Saison letztes Jahr war muss man natürlich sagen auch wenn er auch in der Rückrunde nicht so krass performt hat das muss man nochmal dazu sagen aber generell Schalke in der Rückrunde konntest du eigentlich komplett vergessen da gab es gefühlt keinen der wirklich krass rausgestochen hat in meinen Augen auf jeden Fall nicht positiv ähm Kabak trotzdem eine sehr gute Saison gespielt hat sich auf jeden Fall für das höchste Abwehr Rating in meinen Augen beworben und zwar ein plus viel geupgradet auf 78 da gibt es natürlich trotzdem immer noch mal Gerüchte dass er wechseln will ähm habe ich dementsprechend hier gekennzeichnet äh ja kann mir zwar nicht vorstellen dass Schalke den ziehen lässt weil wenn er sich nicht gerade wegstreikt gibt es keinen Grund für Schalke den zu verkaufen außer natürlich man macht richtig Geld mit ihm aber auch das wäre eigentlich dumm weil du kannst so einen starken Spieler eigentlich nicht als Schalke im Moment mit dem Ruf den du hast und mit dem Geld was du dann trotzdem für ihn bekommen wirst 1 zu 1 ersetzen muss man ehrlich sagen aber auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade wird er bekommen und er sieht eigentlich nach einer richtig geilen Karte aus wenn man ehrlich ist also eine richtig gute Ultimate Team Karte mit ordentlich Tempo nister Physis guten Defending Werten Dribbling ist auch okay für einen Innenverteidiger ähm ist glaube ich auch jetzt nicht der Kleinst ich glaube 1,88 oder so 1,85 bin mir grad nicht sicher okay 1,85 wäre für den Innenverteidiger schon nicht so groß ich weiß gerade leider nicht wie groß Ozan Kabak ist aus dem Kopf aber ist auf jeden Fall eine gute Karte eine richtig geile Karte wäre er und ja wahrscheinlich auch der beste Schalke okay nicht der beste Schalker der vielleicht in dem Video kommt noch aber werden wir auf jeden Fall sehen ist denke ich mal eine nice Karte und ein verdienstes Upgrade auch an der Stelle dass man das wahrscheinlich nochmal sagen kann Sunny hat natürlich jetzt auch viel verletzungsbedingt verpasst glaube ich auch in der Rückrunde wenn ich mich recht erinnere aber trotzdem natürlich auch so allgemein nicht so krass gespielt bekommt auch weil ich sag's immer wieder dieses 80er Rating ist für mich eine gewisse Grenze da musst du viele da musst du einfach eine gewisse Leistung und so zeigen und die gab's dann halt einfach nicht ich meine auch weil er verletzt war aber er hat auch am Anfang der Saison jetzt nicht so krass performt und am Anfang der Rückrunde dass man da jetzt ein krasses Upgrade oder dass man da den das gleiche Rating rechtfertigen könnte ich denke das gleiche Rating wie Kabak ist dann angemessen minus 2 gedowngradet halte ich persönlich für okay ähm auch in real life denke ich mal immer noch ein guter Endverteidiger der auch wichtig ist dass Schalke so einen noch hat weil der ist wirklich gut und vor allem für das was Schalke jetzt braucht also ich denke der sollte da hinten ganz gut aufräumen können in Ultimate Team natürlich leider mit 60 Tempo nicht so interessant aber na gut man muss halt immer gucken also Tempo ist halt leider Gottes immer wichtig muss man sagen die letzten Jahre war Tempo immer irgendwo wichtig ähm weil du halt einfach ja es ist halt einfach schwer immer ähm leider eigentlich schade dass solche Rocks hinten so einen großen Kopfballbiester dann nicht so gerne gesehen sind die wenig Tempo haben weil man die nicht so wirklich gut benutzen kann ah vielleicht ja im nächsten FIFA man kann's ja hoffen aber ja glauben tue ich jetzt nicht wirklich dran sieht trotzdem an den wenn man sich die rechtlichen Stats anguckt und das halt so groß ist und so eigentlich nach einer guten Karte aus das Tempo federt leider ein bisschen muss man sagen aber ja was will man da tun dann nehmen wir den guten Nastasic der auch eigentlich jetzt relativ gut enttäuscht hat in der letzten Saison wenn man ehrlich ist war auf jeden Fall jetzt nicht so wirklich krass unterwegs ähm dementsprechend auch hier ein Downgrade angemessen in diesem Fall sogar minus 3 einfach weil ich in Kabak und Sané über einen Nastasic sehe vom Rating her dementsprechend denke ich mal da ähm das Rating Downgrade angemessen schreibt es mir gerne in die Kommentare ich persönlich finde es in Ordnung ähm sieht eigentlich nach einer guten Non-Recard aus er kratzt knapp an den 70 Tempo das ist eigentlich immer ganz gut für einen Abwehrspieler ähm mit Serbien interessant zu verlinken muss man gucken aber ich denke das sieht nach einer soliden Non-Recard Karte aus ähm wird man auf jeden Fall sehen ich denke aber wie gesagt das minus 3 Downgrade sollte angemessen sein Stambuli natürlich wichtig dass Schalke mit dem verlängern konnte ist auch ein wichtiger Spieler für Schalke ähm war glaube ich auch eine lange Zeit jetzt verletzt in der Rückrunde wenn ich mich recht erinnere war der verletzt ich glaube der war auch verletzt trotzdem wie alles in allem Schalke nicht so krass gespielt muss man leider sagen ich hatte erst überlegt ihn auf den gleichen Rating zu belassen aber ich hab ihn dann um eins runter getan weil wie gesagt ich sehe einfach einen Kabak und Sané über einen Stambuli leistungstechnisch ähm auch wenn ein Stambuli wichtig ist für Schalke das will ich auf jeden Fall nicht ihn absprechen ich denke aber das ist so dann in Ordnung ähm könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr es anders seht aber ich denke das sollte passen natürlich wurde ich mein Team nicht wirklich interessant mit dem Tempo und so aber in real life für Schalke wie gesagt ein wichtiger Spieler Ossipka hat natürlich in der letzten Saison viel gespielt und war jetzt aber nicht wirklich so gut wenn man ehrlich ist also hat eigentlich auch dann nur gespielt weil man nicht wirklich einen Ersatz hatte beziehungsweise keine andere Option hatte da auf der Linksverteidiger Position dementsprechend musste er spielen und ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich gut wenn ich ehrlich bin dementsprechend auch hier einen Daumen hoch Downgrade und minus eins im Silberbereich dann unterwegs und ja würde er wahrscheinlich dieses Jahr wieder spielen müssen außer man gibt jetzt in Mendil wieder die Chance der er bei seiner Leichtstation ganz gut abgerissen hat aber da kommen wir gerne danach zu abgerissen auch übertrieben aber ne ähm ich denke das Downgrade für Ossipka ist angemessen auf Silber ich sehe ihn auf jeden Fall nicht auf Gold und auf jeden Fall schlechter als in der letzten Saison sollte er sein vom Rating her in meinen Augen dementsprechend passt es so für mich schreibt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare dann nehmen wir wie gesagt Hamza Mendil der ganz gut gespielt hat auf seiner Leichtstation ich glaube der war in Frankreich bei Dijon oder so unterwegs ich bin mir gerade leider nicht mehr ganz sicher also er war auf jeden Fall in Frankreich ausgeliehen und hat da ganz gut gespielt ähm dementsprechend ein kleines Upgrade bekommen da habe ich mich auch mehr oder weniger nach Head2Head gerichtet da hat er ein 70er Rating dementsprechend habe ich das jetzt hier übernommen Werte sehen natürlich für eine Silberkarte ganz in Ordnung aus wenn er Goldinform oder irgendwie so eine Goldspecial Card bekommen würde wäre er eine richtig geile Linksverteidiger Karte auch als Perfect Link dann zu Harith zum Beispiel das Spiel noch kommen wird ähm weil er halt auch schnell ist eigentlich relativ interessant aber ob er jetzt Schalke in Real Life so weiterhelfen wird weil in seinem vorletzt also in seinem letzten Jahr bei Schalke bevor er jetzt ausgeliehen war da war er halt nicht wirklich gut wenn man ehrlich ist muss man gucken ob er sich jetzt entwickeln konnte da auf seiner Leichtstation wird man dann natürlich sehen Becker hat ja auch am Ende mehrere Spiele nochmal absolviert dementsprechend auch ja ordentlich was gezeigt und gehört wahrscheinlich dann auch mit zum Aufgebot von Schalke ähm wird vielleicht auch den einen oder anderen Einsatz dann bekommen dementsprechend habe ich ihm jetzt hier eine 64 gegeben ähm den guten Becker der hat glaube ich in Head2Head eine 62 ist schlechter bewertet als Tiao aber Tiao wenn man ihn so ausspricht den guten Herren dem Tiaf 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 keine Ahnung Tiaf nenne ich ihn jetzt einfach mal macht mehr Sinn als Tiaf ähm hat mehr Einsätze bekommen in der letzten Saison als Tiaf dementsprechend habe ich ihn hoch höher gepackt um einen Ratingpunkt einfach weil er halt schon ein bisschen mehr Erfahrung in der Bundesliga sammeln konnte ähm ich denke beide werden auf jeden Fall im Bronzebereich bleiben weil sie einfach noch nicht so viel zeigen konnten ähm sind aber beides höchstwahrscheinlich vielversprechende Talente für Schalke und das worauf Schalke auf jeden Fall in der Zukunft bauen sollte und zwar die eigene Jugend ähm wenn man wird man sehen ob die dann eine Chance bekommen wäre auf jeden Fall nicht so dumm von Schalke wenn man denen mal einfach die Möglichkeit bietet sich da zu zeigen in der Bundesliga weil ja viel schlechter als letztes Jahr kann es ja dann auch nicht laufen ne und selbst wenn dann hat man es wenigstens mit der Jugend versucht ähm beide denke ich mein Team noch nicht so interessant für die Karriere vielleicht eher und vor allem auch für Real Life für Schalke interessant wie gesagt weil die Perspektivspieler sind einfach für die Zukunft ähm wird man aber auf jeden Fall sehen inwiefern diese beiden Einsatzzeiten bekommen kommen kommen wir dann zu Amina Richt und das wird wahrscheinlich der sein wo ich am meisten Kritik für ernten werde am ehesten wahrscheinlich könnt ihr mir vorstellen denn ich hab ihm gleich gelassen der Grund dafür ist er hat schon im Winter ein Upgrade auf 79 bekommen von 76 was ich für angemessen hielt und halte immer noch aber in der Rückrunde war er dann einfach nicht mehr so gut lag natürlich dann auch daran dass Schalke allgemein nicht so gut war ich weiß gar nicht war der auch eine Weile verletzt in der Rückrunde ähm ich bin mir grad nicht mehr sicher ob der eine Weile auch gar nicht spielen konnte aber auf jeden Fall konnte er einfach nicht so die Leistungen mehr zeigen in der Rückrunde weil Schalke halt einfach komplett schlecht war dementsprechend wird er oder macht es für mich keinen Sinn ihn jetzt dennoch nach dem er hat in der Rückrunde richtig stark in der Hinrunde richtig stark abgerissen und in der Rückrunde war er dann halt okay und dementsprechend macht es keinen Sinn für eine okaye Rückrunde ihn nochmal auf 80 zu packen also es macht für mich einfach persönlich keinen Sinn dementsprechend habe ich ihn gleich gelassen gibt es ja auch die Gerüchte dass er wechseln will wird man natürlich sehen ähm werte sehen ganz okay aus ich glaube Tempo ich ein bisschen gedowngradet weil Head to Head also ich hab mich da ein bisschen nach Head to Head gerichtet mal gucken ob es wirklich so kommen wird ähm Feister Skills ist natürlich immer noch da weil er sich die einfach verdient hat er ist ein starker Dribbler ähm ist mit seiner größte Stärke wahrscheinlich auch und ja sieht eigentlich nach einer guten Starterkarte aus wenn man so möchte mit Feister Skills auf jeden Fall nice das als Marokkaner natürlich nicht so einfach zu verlinken aber gibt es wahrscheinlich auch in anderen Ligen noch ein paar gute Optionen dann wird man auf jeden Fall sehen wie der sich spielen lassen wird ähm ich denke wie gesagt 79 ist angemessen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare ähm ich bin da auf jeden Fall mal gespannt Maskerin natürlich auch einer der besseren Schalker in der letzten Saison wahrscheinlich auch einer der Lichtblicke für die nächste Saison im Mittelfeld als Sechser ähm hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht wenn er gespielt hat und dementsprechend ein kleines Upgrade und Plus 1 ist denke ich mal in Ordnung daneben haben wir Suat Serdar dessen Verletzung natürlich Schalke ja komplett rausgekickt hat auch unter anderem im Mittelfeld der war ja glaube ich fast die komplette Rückrunde dann weg oder auf jeden Fall zum Anfang glaube ich von der Rückrunde hat er sich irgendwie verletzt in dem Dreh irgendwie so war es ähm auf jeden Fall in der Hinrunde hat er ordentlich abgerissen dementsprechend auch ein ordentliches Upgrade zum Endeffekt von mir bekommen weil er hat wirklich stark gespielt im letzten Jahr und ist wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler die Schalke hat dementsprechend ein Plus 3 geupgradet auf 78 halte ich persönlich für am angemessensten ich habe ihn glaube ich auch um einen Stern im Weakfoot geupgradet ähm weil ich drei Sterne drei Sterne weiß ich nicht ich denke Forster Week wurde schon in Ordnung bei ihm könnt ihr mir gerne aber auch in die Kommentare schreiben ähm ja sieht auf jeden Fall noch einer guten Non-Red Karte aus könnte man bestimmt mal ein Non-Red Team sehen ist ein guter Allrounder für den Anfang denke ich mal gut zu gewinnen äh gut einzubauen ähm ja sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus Sebastian Rudy hat ganz gut gespielt dann im Endeffekt wieder in der letzten Rückrunde bei ähm Hoffenheim hat seinen Part da drunter gespielt Hoffenheim ja sowieso die Station wo er bis jetzt am besten war habe ich aber auch schon in dem Hoffenheim Video zu ihm gesagt so ähm dementsprechend bleibt er auch gleich vom Rating her denke ich mal mal gucken ob er bei Schalke also eigentlich müsste er eine Rolle spielen weil Schalke ist jetzt nicht in der Lage zu sagen ja okay du bist zwar gut aber zu schlecht für uns weil das stimmt halt eigentlich de facto nicht wenn man ihn richtig einsetzt würde denke ich mal auch gut spielen bei Schalke wird man natürlich sehen ähm ich bin gespannt was da mit Rudi noch passieren würde ich hatte ihn ja auch zu ähm Hoffenheim als Potential Transfer gesagt könnte ich mir auch vorstellen immer noch wenn man mit ihm dann Geld einnehmen kann warum nicht auch wenn er denn vielleicht nicht so eingeplant ist wird man sehen aber jetzt dadurch dass Weston McKenny auch noch weg ist weiß ich nicht ob man das so wirklich machen sollte ihn zu verkaufen wäre nicht so clever wahrscheinlich kommen wir dann auf die nächste Seite zu Marc Uth der natürlich gut gespielt hat bei ähm Köln in der Rückrunde zumindest zu Beginn der Rückrunde aber nach dem Corona Restart dann wie komplett Köln auch wirklich nicht mehr so gut war leider Gottes dementsprechend alles in allem Hinrunde bei Schalke war auch echt katastrophal hat er eigentlich auch keine Rolle groß gespielt sonst wäre er auch nicht verliehen worden ähm und wenn er gespielt hat bei Schalke war er auch nicht gut muss man ehrlich sagen er hat dann wie gesagt am Anfang bei Köln gut gespielt aber das reicht dann halt nicht um ein Upgrade zu rechtfertigen eher sogar jetzt ein Downgrade nochmal bekommen weil wie gesagt das Ende mit Köln auch wirklich nicht gut war wie generell Köln ähm und dementsprechend ja sieht aber immer noch mit einer guten Karte aus für den Anfang also muss man auch ehrlich sagen wenn man den mal im Sturm oder so spielt mit den Werten könnte man das auf jeden Fall denke ich mal tun am Anfang hat solide Werte ähm Perfect Link mit Suat Serdar auch oder Strong Link zu Harit für den Anfang sollte es auf jeden Fall passen denke ich mal Nabil Bentaleb war natürlich ausgeliehen an Newcastle hat da jetzt aber auch keine wirkliche Rolle gespielt wird wahrscheinlich auch bei Schalke einfach keine Rolle mehr spielen der man hofft wahrscheinlich nur noch darauf dass er endlich von der Gehaltsliste runter ist und ich glaube auch Geld wird man mit ihm wahrscheinlich nicht mehr allzu viel einnehmen wenn überhaupt ähm kleines Downgrade um Minus 2 der ist halt wirklich wird von Jahr zu Jahr auch irgendwie schlechter irgendwie auch wenn er wahrscheinlich gute Anlagen theoretisch mal hatte zeigt das irgendwie nicht dementsprechend ja schwieriges Thema denke ich mal auch für viele Schalker Alessandro Schöpf ich hatte jetzt überlegt den irgendwie zentral zu packen ich hab's jetzt selber auf dem rechten Mittelfeld belassen weil dann Head to Head immer noch rechter Mittelfeldspieler ist könnte man natürlich aber auch glaube ich in die Zentrale packen weil er da am Ende auch ein bisschen gespielt hat ähm dennoch natürlich auch hier keine wirklich gute Saison gehabt ähm wie ganz Schalke halt einfach in der Rückrunde auch oder unter der Rückrunde auch gelitten und dementsprechend den Downgrade um Minus 2 auf 75 halte ich auch für angemessen ja bin auch kein großer Verfechter von Alessandro Schöpf also keine Ahnung der ist gut denke ich mal aber jetzt auch nicht so dass man sagen muss der würde bei einer Mannschaft die um die Euroleague oder so mitspielt Stammspieler sein könnte ich mir jedenfalls nicht vorstellen aber im Moment braucht halt Schalke eh jeden Mann wie gesagt also ja wird er wahrscheinlich auch seine Einsatzzeiten bekommen bei Schalke Rabi Matondo wahrscheinlich auch einer der Hoffnungsträger vielleicht für die Zukunft dann immer noch bei Schalke auch wenn er jetzt schon gezeigt hat dass er vielleicht noch nicht so reif ist dass er wirklich konstant auch in der Bundesliga abliefern kann ähm im Abschluss fehlt es ihm auf jeden Fall noch ordentlich ansonsten natürlich ein schneller Spieler für Schalke was sie jetzt auch nicht so viele haben muss man natürlich sagen ähm und einer mit viel Potenzial auch immer noch aber ja man wird sehen er hat auf jeden Fall ein paar Einsatzminuten bekommen in der letzten Saison wird dementsprechend auch geupgradet um plus 2 habe ich ihn jetzt geupgradet auf 68 ist denke ich mal in Ordnung viel mehr halte ich wirklich für zu früh vor allem wenn ich dann überlege ich habe ein Rainer 70 gegeben was ich persönlich für angemessen halte und ich fand ein Rainer halt um Längen besser als ein Matondo dementsprechend noch höher sollte man Matondo in meinen Augen auf jeden Fall nicht gehen ähm dementsprechend halte ich 68 für angemessen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare aber ich denke das sollte so ganz gut passen kommen wir dann noch zur letzten Wettfeldseite und damit zunächst einmal Nassim Bujelab der eigentlich auch jetzt nicht so viel gespielt hat im Endeffekt also er hat immer mal wieder wieder ein paar Einsatzminuten bekommen jetzt aber auch nicht so krass viel dementsprechend kann man da jetzt auch nicht so krass viel upgraden um ehrlich zu sein ein kleines Upgrade und plus 1 hat es dann aber trotzdem gegeben weil er halt einfach ein paar Minuten gespielt hat aber ich denke viel mehr sollte es dann erstmal auch nicht sein der gute Hofmann kam glaube ich ich müsste jetzt lügen wenn ich den Verein sage keine Ahnung ich glaube aus der dritten Liga oder Regionalliga irgendwo her ähm ein 63er Rating ist denke ich mal in Ordnung hatte jetzt einige Spiele dort gemacht ist aber jetzt auch noch nicht also ja wie gesagt alles unter der Bundesliga werdet ihr eh sowieso nicht allzu krass und das war glaube ich wie gesagt nur dritte oder Regionalliga dementsprechend wird da jetzt kein allzu großes Rating ähm zu geben sein denke ich mal ich oder kam der aus der Schalke Jugend ich bin mir grad echt nicht sicher sorry Leute das ist wie gesagt schon ein bisschen her ich glaube der kam aus der dritten Liga oder so ich würde fast sagen Sonnenhof Groß Asbach oder sowas aber ich bin mir grad leider echt nicht mehr sicher ist jetzt natürlich für Ultimate Team nicht so wirklich interessant Boss sogar daneben ist halt eher für die Karriere auch wieder interessant der hat ja vor allem auch am Ende bei Schalke ein paar Einsatzminuten sammeln können ähm hat natürlich auch glaube ich Hoffnung gegeben für viele Schalker dass da wieder ein gutes Mittelfeldtalent rauskam aus der eigenen Jugend wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison noch eine größere Rolle spielen beziehungsweise mehr Einsatzminuten bekommen kann im Moment aber in meinen Augen nicht höher gehen als 61 beziehungsweise irgendwas im 60er Bereich im Bronze Bereich vor allem weil wie gesagt er hat nur ein paar Einsatzminuten bekommen und die waren gut vor allem für Schalke Verhältnisse aber jetzt auch nicht übermenschlich krass ähm dementsprechend kann er in meinen Augen nicht viel mehr bei rumkommen und sollte es auch nicht ich denke so ist es für den Anfang angemessen das gleiche gilt für Merchan der hat auch ein paar Einsatzminuten bekommen ähm aber auch nicht allzu viel natürlich könnte man dann drüber reden dass ein Boss sogar weil er vielleicht ein bisschen mehr gezeigt wird als ein Merchan noch höher sein könnte aber ich glaube auf dem Rating Niveau macht es ja noch keinen großen Unterschied und ich denke beide auf 61 zu packen ist in Ordnung könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben aber auf jeden Fall sollte ein Boss sogar der wenn dann eher höher bewertet werden würde noch nicht im Ansatz in den Silberbereich gehen also das wäre mir viel zu viel aber ich denke so im Bronzebereich im höheren Bronzebereich ist es auf jeden Fall angemessen kommen wir dann zur vorletzten Seite genau von den richtigen Spielern von Schalke und zwar ist es zunächst einmal Benito Ramann der in der letzten Saison viel im Sturm eingesetzt wurde nicht mehr auf dem Flügel und da jetzt natürlich auch nicht so brilliert hat im Endeffekt muss man sagen Abschlussstark ist er jetzt nicht so wirklich gewesen hat jetzt auch nicht so viele Tore gemacht leider Gottes wie man sich wahrscheinlich auch erhofft hat aber natürlich auch kein Daumenwert hier von mir an der Stelle bekommen ich halte 76 vor allem im Verhältnis zu den anderen beiden Stürmern die wir daneben sehen noch für angemessen dass der höher ist als die beiden ein Downgrade sehe ich da nicht und ein Upgrade aber auch auf jeden Fall nicht weil so gut er war eigentlich wirklich nicht so gut dass er da ein Upgrade bekommen müsste in meinen Augen ist aber in Ultimate Team eine mega interessante Karte wenn man ehrlich ist vor allem mit dem Strongling vielleicht zu einem Harit oder so hat leider keine Forster Skills aber trotzdem richtig gute Werte für den Anfang ist schnell hat ein gutes Dribbling und einen soliden Schuss also könnte für den Anfang auf jeden Fall eine interessante Karte sein als Belgier auch gut zu verlinken also ja why not für Starterteams bestimmt ein guter aber in Real Life hat er jetzt auf jeden Fall nicht so viel gezeigt dass man da irgendeinen Upgrade rechtfertigen könnte Ibizovic wurde ja im Endeffekt bei Hertha aussortiert also da wurde der Vertrag halt einfach nicht verlängert und hat jetzt bei Schalke unterschrieben sogar für ein relativ günstiges Gehalt wenn ich es recht in Änderung noch habe ähm dementsprechend ja natürlich ein Ehrenmann an der Stelle aber ist halt auch nicht mehr der Jüngste dementsprechend ein Downgrade und Minus 2 ist denke ich mal auch in Ordnung noch im Goldbereich ich sehe beide Stürmer noch im Goldbereich wahrscheinlich rumlaufen auch weil sie einen gewissen Namen haben und eine gewisse Vergangenheit in der Bundesliga haben irgendwo und weil ich nicht glaube dass die AD um den Silberbereich packen wird ein Ibizovic und ein Burgstaller ähm ja also ich denke Ibizovic 75 ist in Ordnung ist halt ein älterer Spieler ein erfahrener der aber auch in Ultimate Team nicht wirklich eine interessante Karte hat wenn man ehrlich ist dann neben Guido Burgstaller ich weiß nicht mehr wie lange ich glaube der hat in der Saison nicht ein Tor gemacht wenn ich mich nicht irre ich glaube der hat nicht ein Tor gemacht in der abgelaufenen Saison könnte mich gerne korrigieren ich gucke es jetzt aber gleich nochmal nach aber ja der hat halt wirklich für sich keine Werbung einfach gemacht muss man sagen als Bundesliga Stürmer so ich meine er wirft sich rein er kämpft für Schalke aber sind wir nochmal ehrlich als Stürmer ist das nun mal nicht das was du machen musst sondern im Endeffekt zählen auch irgendwo die Tore und die Dinger oder halt die Torbeteiligung meinetwegen auch und da war er halt einfach nicht gut in der letzten Saison dementsprechend muss dann Downgrade her ich habe es jetzt auf Minus 2 also im Goldbereich wie gesagt noch belassen ich kann es theoretisch auch sehen dass er vielleicht noch auf Silber geht aber es wäre wahrscheinlich auch zu viel ich habe mir jetzt auf Goldbereich belassen aber er hat in der letzten Saison wirklich keine Werbung für sich gemacht er hat nicht ein Tor in der Bundesliga gemacht und zwei Vorlagen gegeben und das war es und das sind 21 Spielen die er gespielt hat am Ende war er verletzt aber davor es war halt einfach nicht gut muss man sagen und dementsprechend ein Downgrade ganz klar verdient in meinen Augen ja ich denke da brauche ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen Skripski hat jetzt auch keine wirkliche Rolle gespielt er war ja ausgeliehen dann bei Düsseldorf und da hat er jetzt glaube ich auch ein paar Spiele gemacht aber war jetzt auch nicht so doll zumal die auch abgestiegen sind also ja spricht das jetzt auch nicht wirklich so für ihn dementsprechend auch hier ein Downgrade und Minus 2 denke ich mal ist in Ordnung ja im Silberbereich jetzt wahrscheinlich auch nicht so interessant wenn man ehrlich ist aber ja man wird sehen ob der vielleicht jetzt eine Chance bei Schalke bekommt ich meine wirkliche Mittelstürmer haben sie ja nicht ich weiß nicht ob Skripski so ein wirklicher Mittelstürmer ist oder vielleicht sogar eher ein Flügelspieler muss man gucken aber ja so wirklich an seine Zeit in Union oder bei Union in Union Alter bei Union kommt er jetzt noch nicht wirklich ran mal gucken was da noch so geht dann haben wir den guten Ahmet Kutucu der natürlich jetzt nicht wirklich so viel Einsatzzeit bekommen hat bei Schalke das natürlich schade ist für ihn weil er ist wahrscheinlich ein guter Stürmer ein gutes Stürmtalent aber hat irgendwie nie warum auch immer die Einsätze bekommen vor allem nicht von Anfang an und generell halt auch wenig Spielminuten immer bekommen ist natürlich schade für ihn weil er wie gesagt ein talentierter ist und er war glaube ich in der letzten Saison auch mit Suat Serdar einer der Tore gefährlichsten er hat drei Tore erzielt in 25 Spielen ist das jetzt auch nicht so viel aber er hätte jetzt halt auch nur 660 Minuten gespielt und das in 25 Spielen ja wenn man sich das mal runter rechnet ist das halt echt nicht so viel dafür immerhin nochmal drei Tore und drei Vorlagen zu weit zu steuern ist auf jeden Fall nicht so schlecht muss man sagen ähm ja also wenn er mal von Anfang an spielen würde würde er wahrscheinlich einer der besseren Schalke auch sein so kann er natürlich jetzt nicht ein krasses Upgrade bekommen hat er trotzdem von mir plus 2 bekommen ist denke ich mal in Ordnung aber viel mehr würde es halt einfach nicht geben weil wie gesagt dafür hat er halt einfach leider zu wenig gespielt ähm dementsprechend ja kann man sich da auch nicht zu viel erwarten leider Gottes man kann halt nur als Schalke-Fan wahrscheinlich hoffen dass ein Wagner ihm jetzt öfter die Chance bietet zu spielen genau so sehen wir dann uns nochmal das ganze Schalker Team im Überblick an und da haben wir natürlich ein paar interessante Spieler wie gesagt dabei für den Anfang Kabak richtig geile Karte eigentlich für den Beginn mit richtig guten Werten den Raman kamen bestimmt zum Anfang ganz gut zocken, den Harit immer noch, den Serdar sieht auch ganz gut aus als Allrounder den Uth für den Sturm sieht auch nicht so schlecht aus für den Anfang also man hat auf jeden Fall ein paar Karten dabei die man wahrscheinlich auch öfter mal sehen wird zu Beginn für den billigen Bundesliga-Teams oder so aber ja in real life muss man natürlich gucken was bei Schalke ist also da sehe ich jetzt nicht so wirklich ähm ja viel Potenzial leider Gottes also ich bin mal gespannt wo es da hingehen wird für sie kommen wir dann zu den potenziellen Transfers die ich hier nochmal rausgesucht habe wo in dem wahrscheinlich einer im Endeffekt durchgehen wird könnte ich mir vorstellen die anderen nicht so wirklich aber würden wir jetzt sehen zunächst einmal fürs Tor Sven Ulreich hat glaube ich nur noch ein Jahr bei Bayern vertragt dementsprechend werden sie dann höchstwahrscheinlich nicht ausleihen sondern wenn dann eher verkaufen ähm dementsprechend ja schwieriges Thema natürlich mit verkaufen und Schalke und Geld und so aber man wird sehen wäre aber auf jeden Fall auch ein Keeper der wahrscheinlich gut wäre für Schalke weil der hat bewiesen dass wenn er bei Bayern mal reingebracht wurde dass er dann auch gut gehalten hat hat immer noch Bundesliga Niveau und wahrscheinlich auch noch eher als ein Fährmann in meinen Augen und ist jetzt auch noch nicht so alt dass man sagen muss okay der hat nur noch zwei drei gute Jahre dementsprechend why not mal beim Ulreich anklopfen und den sich hinten reinstellen für die nächsten paar Jahre hast du bestimmt auch nicht viel falsch gemacht dann ähm dahinter dann vielleicht ein Schubert aufbauen vielleicht nochmal verleihen in die zweite Liga oder so und dann danach die Chance geben man muss gucken aber ich denke Ulreich wäre ein guter Transfer für die Bayern könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen dann nehmen wir einen Kolasinac der ja schon seit ein zwei Wochen jetzt gehandelt wird oder so und wo es ja immer hin und her geht wo immer noch das Gehalt glaube ich ein bisschen Probleme macht wäre natürlich ein ehemaliger Schalker jung also jung wahrscheinlich also ich weiß nicht kam der aus der Schalker Jugend ich glaube nicht aber wäre natürlich ein ehemaliger Schalker der wahrscheinlich auch kämpfen würde für den Verein und so und brennen würde wieder dafür zu spielen und für bei den Fans wahrscheinlich auch gut ankommen würde also wäre natürlich ein wichtiger Transfer auch so und generell als Außenbeteiliger auch ein ähm wichtiger Spieler denke ich mal eine Position die jetzt bei Schalke noch nicht so gut besetzt ist wenn man ehrlich ist dementsprechend ja auch kein unwichtiger wahrscheinlich auch der wahrscheinlichste von allen hier und wahrscheinlich auch der der jetzt einziger eintreffen wird kann ich mir vorstellen daneben andersrum wird ja auch schon eine ganze Weile gehandelt weil halt Schalke auch wirklich mal einen Stürmer braucht der halt auch wirklich das Tor treffen kann und das hat er halt in der letzten Saison bewiesen bei Union da hat er zweistellig getroffen und das bei einer Mannschaft wie Union jetzt nichts gegen die Berliner die haben weiß Gott nicht den krassesten Bundesliga-Kader gehabt wenn man überlegt also vor allem wenn man vergleicht und trotzdem hat er zweistellig getroffen und gut performt wie generell Union Berlin auch ähm dementsprechend ja hat er gezeigt dass er da spielen kann und why not ihn zu Schalke holen Geld wird wahrscheinlich das Problem sein weswegen ich mir auch nicht vorstellen kann dass er jetzt noch zu Schalke gehen wird vor allem nachdem man Ibizovic geholt hat for free dann noch der gute Carstop Herr Rechtsverteidiger ist bei Schalke halt das Problem ich meine man hat's gesehen wir haben nicht einen Rechtsverteidiger heute in der Prediction gehabt weil die halt einfach keinen mehr haben die haben Jonjo Kenny abgegeben den sie ausgeliehen haben also er musste also abgegeben auch nicht haben sie halt ausgeliehen für ein Jahr und der ist jetzt wieder zurück und den können sie sich nicht leisten und ansonsten haben sie halt keinen ich überlege gerade ob sie noch irgendeinen abgegeben haben aber ich glaube nicht die haben halt einfach keinen mehr im Kader stehen und ja das ist halt schon ein Problem würde ich sagen weil wenn du nicht gerade mit Dreierkette spielst brauchst du einen Rechtsverteidiger man kann natürlich gucken ob man einen Schöpf dahin stellt oder mal wieder einen Rudi irgendwie ne anderweitig einsetzt aber ist natürlich jetzt auch nicht die Idealbesetzung da Carstor als Rechtsverteidiger ja keine Ahnung ich müsste jetzt lügen wenn ich sage ich habe schon mal ein Spiel von dem live gesehen also live ich habe schon mal ein Spiel von dem 90 Minuten verfolgt aber ja besser als keiner muss man natürlich gucken keine Ahnung wie viel der kosten sollte war er ausgeliehen und feiern Nord-Rotterdam ist jetzt bei Rom noch unter Vertrag ähm ob der überhaupt denn für Schalke möglich wäre vom Finanziellen her muss man schauen wäre aber wahrscheinlich einer ja der in Ultimate Team ganz interessant wäre wäre noch Silber vielleicht bleibt er auch Gold aber ich glaube er wird eher in den Silberbereich gehen leider ähm aber im Goldbereich wäre er auf jeden Fall interessant weil er eigentlich ganz gute Werte hätte vielleicht wenn er mal ein Inform oder irgendeine andere Specialkarte dann bei Schalke bekommen würde wäre er eine interessante Karte ja Leute ich würde sagen das war es dann aber auch schon so gut wie von diesem Video ihr seht jetzt nochmal ganz kurz hier die Schalker im Überblick schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare wie ihr die Prediction fandet und wie ihr die Spieler fandet also ja von Rating her und so schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare das sehe ich immer gerne lasst aber auch bitte gerne ein Like da wenn es euch gefallen hat das würde mich auch mega freuen ich würde sagen wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder bis dann haut rein und ciao